Jo Leute und damit willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, ja. Nachdem wir beim letzten Mal, ja, je nach Abba's Hogsfield sind und ein bisschen geplündert haben, so wie immer, müssen wir noch mit der Frau sprechen? Irgendwie hat er eine andere Quest angevisiert? Keine Ahnung. Gerade, dass Bardolph dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Okay, und gleich neue Sachen gefunden. Neue Handschuhe. Dann legen wir sie auch neulich mal an, wenn wir das Level hätten. Haben wir aber noch nicht. Wählt noch die Hälfte. Egal. Uns vier sollten wir. Routy's Brottle. Äh. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona, sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit der Stab ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Ach, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich sie gern für ihre Zeit entschädigen. Ich kann gern versuchen, ein paar aufzutreiben. Das wäre wunderbar. Ich sorge mich um die reisenden Händler und möchte ihnen gern mehr Megapower-Trank geben. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Okay, zwei Sachen mit einer Wasch, also. Sehr schön. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihnen gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, tu meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben. Wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten. Hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Nee, überhaupt nicht. Mirabelle. Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke, Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn sie die Horklumpe sammeln könnten. Gut. Dann machen wir das. Wolf Bormond ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Aber erst mal die Kobold-Lager, würde ich sagen. Wir sind ja gleich in der Nähe. Würde ich sagen, machen wir erst mal die Kobold-Lager. Vor wir das machen. Ups. Schön, dass du mal vorbeikommst. Rivelio. Wer hat das denn gesagt? Hä? Keine Ahnung. Keinen Schimmer. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Ich habe was gelesen gehabt. Eins von Renrocks Lagern. Genau wie Madame Bowman sagte. Wenn du... Was war das? Flipendo, ne? Rivelio. Thema Flipendo. Flipendo. Eins. Weg manchmal gar nicht. Keine Ahnung. Ob das Flipendo war? Doch. Milchshaker. Ups. Was für ein Erfolg. Ich habe das nur zufällig gelesen gehabt. Dass man... Thema Flipendo machen, so auf eine Kuh. Milchshaker. Was für ein Erfolg. Das ist bestimmt Secret-Erfolg, oder? Gut. Gut, du kannst ja auch... Ähm... Na sag's schon. Was wollte ich gerade sagen? Katzen durch die Gegend schießen. Das kannst du ja auch. Nein. Ist da jemand? Nö. Hier ist niemand. War ich nicht. Ach, jetzt. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Toll. War zu spät eben gesehen. Na? Warum bin ich arrogant? Autsch. Och, Mann. Warum nicht? Was ist zu spät? Ein Lager erledigt. Eins übrig. Dann plündern wir das Lager nochmal, ne? Bevor wir hier weggehen. Was haben wir hier noch? Hm. Okay. Und da haben wir noch so einen Sack rumliegen. Was machen die hier? Vor allem, dass das automatisch weitergeht. Ähm, ja. Die, 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 die. Ähm, ja. Was ist der Knopf? Oh. Klar, warum nicht? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ich auch. Ich weiß noch nicht, wo die Dinger jetzt schon wieder sind. Rebellion. Äh. Oh. Konfringo. Konfringo. Ich schaue mal ganz kurz, wo die Dinger sind. Rebellion. Da. Da. Sind das nur die drei? Hm. Okay. Konfringo. Eins, zwei. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Das war wirklich einfach. Das war wirklich einfach dieses Mal. Hm. Was haben wir hier? Für komische Gegner. Achso. Ja. Diese Duellaufgaben manchmal. Äh, was war mir da? Achso. Ne Katze. Ne. Äh. Ich weiß, dass es gleich ein bisschen böse ist, aber... Das wollte ich gar nicht. Tschüss. Hallo Katze. Nö. Mach ich nicht. Was willst du? Hallo. Wie schön Sie zu sehen. Was gibt es für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher. Aber wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja. Genau das brauche ich. Habe ich doch. Zufällig habe ich, was Sie brauchen. Hier. Aber ich weiß nicht, ob er hilft. Sehen Sie sich vor, ja? Oh, Sie sind ein Schatz. Wirklich? Ich werde sehr vorsichtig sein. Das sollten Sie auch. Mich bekommt kein Grimm. Dank Ihnen, mein liebes Kind. War nicht der... Ich muss darauf bestehen, dass Sie das als eine Zeichen meiner Dankbarkeit annehmen. War nicht der Grimm der große schwarze Wolf? Oder der große schwarze Hund? Irgendwie so, ne? So. Okay. Was machen wir hier? Ein Laden. Was ist hier drüben? Sachen zum Plündern. Absteigen wollte ich eigentlich nicht, aber egal. So. Das ist mal der Kuh, ey. Wer kommt eigentlich auf sowas? 5000 kostet das. Verkauf erstmal die Sachen, aber... Wenn wir nicht Platz haben. Warum hat er die Kötierungsprobleme hier? Das kommt schon wieder. Hm. Jetzt haben wir Sala gerade wieder welche gehabt. Nee. Okay. Die kann ich auch tragen. Schau gleich mal. Hätte ich fast verkauft. Ähm... Ja. Und die kann ich erst mit 26. Es war mir ein Vergnügen. Boah, ich hab dir ja nur Sachen gedreht. Weißer Knopf. Hm. Ah, okay. Na gut, der hätte hochgezeigt, ne? So, was hatten wir hier? Kampf. Kobolde. Widerstand gegen Kobold-Silber. Okay. Hm. Na dann. Äh. Ach, noch einmal jung sein und fliegen können. Die sahen auch schon mal besser aus. Ein lästiger Mensch weniger. Warum frisst du hier gerade so viel Speicher? Schon wieder. Ich hab da ja gar nicht so hochgezogen alles, ne? Ich hab das hier nur an. Hier hab ich auf hoch. Warum zieht er so viel Arbeitsspeicher gerade schon wieder? Hm. Also, Rahmensprecher. Reveilio. Ja, komm, hier ist... Was so? Wolltest du dann sagen, hier ist sowas in der Nähe, aber nee. Hallo, warum rockelst du gerade schon wieder? Manchmal ist das komisch. Warum kann ich hier nicht landen? Ja. Das war der Controller wieder. Warum auch immer? Es sind so nervig, ne? Mal hab ich das Problem, mal hab ich's nicht. Das ist ätzend. Hm. Reveilio. Was ist das? Achso. Äh. Achso, ich hätte das aber anders bauen können, ne? Äh. Ich schau noch mal ganz kurz was anderes. Äh. Und so. Da bin ich wieder. Aber irgendwie hängt das Spiel jetzt. Okay. Gleich wieder da. Und so. Da bin ich wieder. Ja. Da ist das Spiel eben nochmal abgestürzt. Warum auch immer. Äh. Wir haben da unten noch was, ne? Zumindest da irgendwo. Haben wir das Symbol. Oder ist das doch weiter oben? Äh. Reveilio. Das ist das. Waren wir nicht eben schon und haben das weggemacht? Ich glaub ja. Confringo. Incendium. Ich glaub ja. Reveilio. Was ist das hier vorne? Äh. Hallo. Hallo. Wo wird denn das hier angezeigt? Ach ja. War ich nicht. Okay. Das war ich eben nicht. Ist das weg? Oder wie ist das jetzt? Ne. Das ist auch nur eins. Machen wir jetzt mal das. Also holen wir uns erstmal das. Noch. Und dann gehen wir runter. Okay. Wenn hier nix mehr ist. Und tschüss. Wie geht das? Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. Gut. Dann haben wir das. Erledigt. Äh. Ruhe. Da haben wir was zum Runterschmeißen. Da haben wir noch Pflanzen zu sammeln. Oder. Beziehungsweise. Ruhe fliegen. Die sahen auch schon mal besser aus. Okay. Ja. Äh. Wird das jetzt eingesetzt? Ja. Tschüss. Verlangsame einen brennenden Gegner. Hallo. Tschüss. Tschüss. Verlangsame einen brennenden Gegner. Das wäre dann einfrieren eigentlich, ne? Ja. Incentive. Glatio. Ah. Nein. Incentive. Glatio. Nö. Ja. Konfingo. Dong. So. Vergiss es. Und tschüss. Wo war der denn mit Eimer? Wo war der denn mit Eimer eben? Aha. Falscher Knopf schon wieder. Naja. Naja. Aber irgendwo ist doch noch einer. Der ist da hinten irgendwo. Irgendwo hier. Was ist da so? Wow. Ehrlich? Hattest du mich grad? War wohl nix. War wohl? War wohl nix. Äh ja. Ja. Hier wird das noch. Äh. Aufträge. Und das war das. Das war das. Äh. Wenn du mit tritt die Höhle. Die ist hier irgendwo. Okay. Markiere ich erstmal das hier. Markiere ich erstmal das. Aber wenn das schon in der Nähe ist. Dann kann man ja auch erstmal das machen. Zweifellos schon lange verlassen. Oh. Rebellion. Äh. Das noch? Noch mehr? Nö. Nö. Was sind hier die Ballons? Aber das zählt ja nicht, ne? Glaub nicht. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Äh. Steine. Hm. Okay. Das war keiner. Das da war. Das hier. Hallo. Daher muss noch einer. Ah, hier. Was ist das? Nö. Da ist auch noch einer. Geruch. Da wäre selbst Merlin stolz. Okay. Zehn von zehn. Dann ist das auch erledigt. Hm. Zehn von zehn. Mehr Platz für Ausrüstung. Sehr gut. Und das sind es 14. Gesperrte Herausforderung. Hm. Löse ein Geheimnis von Hogwarts. Geheimnis von Hogwarts. Okay. 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 vermute meier die höhle darüber fliegen haben wir noch gar eigentlich was gehabt dass sie noch die schlüssel in der die hülle des flüchtlingen nee dass wir fliegen hat momentan nicht stufe 2 aufträge noch ab ok ja natürlich sind hier welche wie ihr wisst ist das schärfste werkzeug eines zauberers sein verstand aber nicht dein verstand wahrscheinlich warum drücke ich eigentlich mal falsch das ministerium sollte die dunklen künste nicht das muss die höhle sein die mrs brottle erwähnt hat betrifikus totalus hallo auf brauche ich nicht ohne sind noch mehr ich bin sicher da ist irgendetwas ja konfingo komm raus bevor ich dich defindung oh 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 konfingo au 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 Oh, ich hab doch gedrückt gerade. Toll mal Köter, ey. Äh, falscher Knopf. Voll. Oh. Hoi. Ah, falsch. Ach, kommen noch mehr, ne? Schon wieder falsch gedrückt. Ja, ja. Impulso. Arresto Momento. Arresto Momento. Defindo. Expelliamos. Incendio. Okay. Ach, immer noch nicht. Ups. Vielleicht in einen Hund verwandelt. Reveglio. Ja. Konzentration 2, okay. Was bringt denn Konzentration 2? Keine Ahnung. Aber wie gut ich mich übertreffen lasse. Ist echt genial. Aha. Und gleich mal alles mitnehmen. Wir sollen ja sowieso welche sammeln. Ne, 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 ne. Da bin ich ja mal gespannt auf die Hülle. Reveglio. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Spin. Oder was sind das? Incendio. Oh, das waren Wurzeln. Fast geschafft. Noch ein Horklump übrig. Yay. Reveglio. Okay, was haben wir hier? Wo müssen wir lang? Hier ist Wasser. Tschö. Okay. So. Ah, okay. Um die Sachen zu kriegen. Ob wir hier wieder die Schlingpflanze haben. Achso. Ne, 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 ne. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Ja. Aber ich will auch noch welche haben. Okay. Ich will aber auch noch welche haben. Ah, da müssen wir lang. Hm. Okay. Und Kohle. Wir müssen also gelangen. Na dann. Gut. Was hier wohl passiert noch? Ah, wir rennen jetzt komplett runter, oder? Aha. Ah. Incendio. Expelliarmus. Wie ist das? Oh. Autsch. Wie ist das? Tja. Tja. Wow. Hm? Was war der falsche Knopf? Wow. Was war denn das? Warte mal. Was war denn das? Warte mal. Ich mach mal so. Dann führ mal ein. Hm. Hat aber nicht lange gehalten. Ja. 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 Hm. 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 Äh. Okay. Hm. Nö. Vergibst es. Hm. Autsch. Das war der falsche Knopf. Hm. Warum habe ich eben den Falschenknapp schon wieder gedrückt? Na? Schon wieder der Falsche, warum drücke ich gerade den Falschenknapp? Ich wollte den hier drücken, aber irgendwie... ...habe ich den Falschen immer gedrückt. Naja... Aha. Machen wir das nochmal so. Ja, ja. Oh. Oh. Vergiss es. Ich brauche die Dinge auch nochmal hier. Nö. Nö. Okay. Der ist aber auch gar nicht so einfach hier, ne? Wow, das war zu früh eingesetzt. Jetzt aber. Au. Ui. Und Trollpopel. Sechs Stück. Ui. Der war hier eigentlich eingesperrt wahrscheinlich, ne? Kann das sein. Scheint halt so. Was haben wir hier? Ja, die Tumblätter. Die Tumbl. Mach ich mal nach. Und, um die Tumbl abends auf die Tumbl. Oh. Ich dachte ich muss das aufspringen. Revelyon. Ähh, ja. Was haben wir da denn alles drüben? Was ist das? So. Was haben wir hier? Okay. Hallo? Wow. Wir nehmen ein kleines Stück hier. Ich muss da hin, aber ich kann da auch noch hin. Okay. Okay. Ich glaube, das ist alles. Das müssen Sironas Briefe sein. Okay. Dann gehe ich erst mal da vorne hin. Mal gucken, was hier passiert. Rebellion. Okay. Gar nichts. Nur viel zum Einsammeln. Na dann. Eine Brille. Und eine Brille. Mal gucken, was hier. Mal gucken, was hier. Mal gucken. Mal gucken, was hier. Vielen Dank.